So guten Abend, guten Mittag, ich bin gerade in der Kuchel, da hinter mir ist auch gerade eine Suppe. So, willkommen zu einer neuen Folge Minecraft Franzldora. Es ist gerade 7 Uhr morgens, die Sonne geht gerade auf. Da ist eine Suppe von letzter Folgen, die glaube ich auch nicht mehr so gut ist. Da haben wir eine Creeper Cola, das ist noch von einem kleinen Roblox-Typen da, in allem tut er dabei nicht mit. Wer die vorige Folgen nicht gesehen hat, vorige Folgen hat der Detlef so ein kleines Gackerhaus gebaut, wie so einen kleinen Gackerhaus. Das ist irgendwie da vorne irgendwo. Irgendwo da vorne, ich glaube. Ich weiß nicht, das sieht man nicht. Direkt da vorne um die Ecke ist so ein kleines Gackerhaus von Detlef, der wohnt da jetzt irgendwie. Ein kleines Heupeterl und weiß ich nicht. Genau, da ist eine Gackerbox vom Geist. So, ein bisschen Essen und so, was haben wir da noch drinnen? Ein Zielstein, genau da haben wir eine Raffen drin und ein bisschen Cherrycane, ein bisschen Fuel, ein bisschen Dings da so. Wir haben auch noch Emerald, vielleicht gehen wir zum Banker da eventuell irgendwie, was nicht. Ich glaube ich gehen wir zum Bankkonto-Typen, der kann ja ein bisschen Geld erlösen, so. Wenn wir da genug Geld, oder ein bisschen Gold kann ich auch mitnehmen und schauen was der, was der, was, was Gold, da wie viel Geld das wert ist. So, dann gehe ich einmal um mal zum Bankkonto. Oh, ich sehe gerade, die haben da irgendwie abgesperrt oben anscheinend. ok so ich hoffe der bankkontotyp ist da ok da steht in der bankkontotyp was denn das? ah nein eine flugstunde für nur 100 euro ok 100 euro ist echt ein kurzer preis doch ich glaube ich habe 100 euro was 100 euro was steht da ganz.flughafen.de um 100 euro 100 euro hey warum 100 euro was für uns 100 euro da da haben wir ein goldblock geschenke da na 100 euro da haben wir es gut 64 euro das sind 64. 100. 100. ich brauche aber selber noch warte mal ich muss kurz anziehen so war das extra so eine sekunde stream runden sind 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 90 da sind siebzige sind neinsige da haben wir es. 100 euro das sind 100 euro habe ich gesagt da kriegen sie ein bisschen was zu messen hier 60 oder 28 sind nicht 100. wollen sie 5.000 euro? 5.000 euro? 5.000 euro ist? da wollen sie ein 100 euro investment machen? da hast du ein 100 euro investment? ich brauche 100 euro. da kriegst du 100 euro bei denen da. ich kann ihnen 100 euro geben. gib mir jetzt. 100 euro? noa ibrauch 8. noa. noa. noa? ibrauch. noa? noa. öffens ein bankkonto.da haben's 100 euro zinsgewinn. na da kriege ich noch keine 5 ohnen mei. na lass dich noch in ruhe. pssst. am vinser löst! mach dann machst du auch nichts draus. this is nur ein obterloser. der wohnt da noch vorne. der hat kein haus. ja wie weiß der hat kein haus.das ist es der klassiker. und wie steht es? Wie geht's mit der Bank? Habt ihr viel Geld gemacht? Die Bank läuft gut. Läuft gut? Natürlich so. Ich wollte nämlich schauen. Wir haben ja ein Westidorn. In Westidorn? Ja das ist ja super oder? Da haben sie einen neuen Ventilator gekauft. Ich hab mir alles gemacht. Mit dem Zinserlös. Mit dem Zinserlös? Wo ist eigentlich mein Zinserlös? Mein Jahreserlös? Das ist ja Zinserlös. Oh ok danke. Ah da da da. Was ist ein Goldblock wert? So ein Goldblock? Was der wert sicher? Ich echt gut. Dann muss ich das bei der Kommission anfragen. Bei der Kommission? Kann ich da rein springen oder? Ah. Bei der Kommission ja. Ah also. Keine Katzen. Keine Katzen. Ah Katz. Ah Katz. Geh weg. Ich komm nachher. Ich bin allergisch gegen Katzen. Allergisch gegen Katzen. Oh das ist ja super. Oh 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 oh. Ja okay dann. Geh ich einfach irgendwie wieder heim. Okay. Ich glaub der Typ. Ja seit der. Aber der ist ja lagisch gegen Katzen. Ja seit Katzen. Ich glaub das ist ja Schwachstöte oder so. Ja das ist ja. Aber hier hab ich schon mal eingebrochen. Bei dem also. Ich glaub das ist. Ich brauch jetzt eh kein Geld. Also von da ja. Nicht ob da los. Ich glaub der war da eine Spende. Ich kann jetzt wegen Zinserlös satz. Ich glaub der braucht nur 8 Euro oder so. Kann jetzt 8 Euro auch nicht geben oder sowas. So jetzt hier ausgehen. Gib uns sogar 9 Euro. Weil wir ein guter Typ bin. Aber das waren 10. So. 9. Okay. 100. Oh. Ja. Ich hab da. Ich hab da. Nein. Aber okay. Willst du noch Flugstunden machen? Eine Flugstunde? Was für Flugstunde? Ja. Flugstunde. 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 100 Euro. 100 Euro. Ja. Ja. Wo gibt's das? Ganz Flughafen D? Ja. Wo ist das? Ganz Flughafen. Ganz Flughafen. Ah nicht. Oh. Ich gibt da. Ich hab bezahlt dafür. Ah keine Ahnung. 100 Euro. Wo ich denn da Flughafen. 100 Euro. Ich hab da schon 100 Euro. Da hinten. Da hinten. Ja. 100 Euro. Ja. 100 Euro. 100 Euro. Ja. 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 Ich hab da schon 100 Euro gegeben. 100 Euro. Ich hab da schon 100 Euro gegeben. 100. 100 Euro. Ja. Ich hab da schon 100 Euro gegeben. Gibt's dann. An Typen. Wo ich das Zeugen kann. 100 Euro. Oder ob ich die schon 100 Euro gegeben. Haha. Reingelegt. Oh. Reingelegt. Wo ist der Flughafen? Gibt's dann einen Typ wo ich das Zeugen kann. Vielleicht. Und das Flugzeug. Aber ist wirklich ein Flughafen. So ein Dings. Da ist der. Hallo. Arbeitet da wer? Ich weiß es nicht. Es ist wirklich ein großer Flughafen. Das geht bei Reparatur. Irgendwas. Was ist da? Blauflieger. Da fuhren. Sind auch noch Flieger. Sind jetzt schon Kampfjets. Da sind noch die Kieler Flieger. Oder. Okay. Arbeitet da irgendwer vielleicht? Kann da irgendwas. Wir haben es geschaut. Eine Flugstunde. Vielleicht kann da. Grüß dich. Servus. Ist da wer? Oh. Oh. Oh nein. Hä. Hallo. Hallo. Arbeitest du da beim Flughafen? Hä. Ja. Ja. Eine Flugstunde. Ja. Okay. Endlich mein erstes Flugzeug da. Hä. Oh. Ey Kotz. Das war eigentlich. Äh. Egal. Wir haben ja genug Flugzeug. Wir haben ja genug Flugzeug. Ha. Hier. Der darf gerade arbeiten. Ha. Motor ausgebaut. Motor ausgebaut. Ja. Das ist ja super gell. Ha. Nitro eingebaut. Ha. Nitro. Ich glaube das ist ein super Chat vom Detlef. Ha. Genau. Discord Nitro. Das ist ja super. Ha. Flugzeug. Es ist glaube ich nicht so. Ha. Flugzeug. Flugzeug. Ja. Ich brauche noch Fuel. Ich brauche noch ein bisschen Tank glaube ich da. Ha. Ein bisschen Tank. Das ist jetzt ein Autoschluss. Ich brauche einen Tank. Ha. 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 Autoreifen. Autoreifen. Oh. Oh. Ah. Asatzreifen. Ach. Asatzreifen. Ja. Toll. Flickst du Armeid. Flickst du Armeid. Wieso ich nicht fliehen. Gibt es irgendeiner Führerscheine oder? Ha. Ja. Ja. Kann ich immer noch nicht fliehen. Warte. Ich glaube ich habe das. Ah. Warte. Ich glaube das ist. So. Gibt es irgendwie. Successfully bound to the. Ah. So. Kann ich das jetzt irgendwie. Irgendwie kann ich das aufschließen glaube ich auch noch. Ich glaube das ist schon. Oder ist es zugeschlossen. Ah. So. Fortnite. Fortnite. Kannst du das eben Flugzeug irgendwie aufsperren. Oder. Ist es aufgesperrt. Es ist zugesperrt. Oder hast du. Hast du Tank. Ich gebe dir Fortnite. Hast du Tank. Kaftabibax. An Tank. Epischer Sieg. An Tank. Der ist zugesperrt. Ne. Nehmen wir mal. Ah. DJ Bobo. Bobo. Ich brauche mehr Tank. Hast du auch noch Tank. DJ Bobo. Oh. DJ Bobo. Okay. Tschüss DJ Bobo. Ah. Bobo DJ. Ist jetzt viel ich da. Ich glaube der Schlüssel ist ein bisschen. Nicht so gut. So. Ich glaube das geht. Ja. Ich kann fliehen. Okay. Jetzt sind noch 5000. Dank. Hallo DJ Bobo. Ah. Tschüss DJ Bobo. Oh. 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 Ich kann wirklich fliegen. Okay. Okay. Ich frage wo fliege ich. Servus Bankkonto Typ. Ich habe ein Flugzeug. Äh. Wo fliege ich. Soll ich auf ein Tuch landen. Kann man die überhaupt drauf. Ich glaube nicht. Fliegen ist mit Austrian Airlines. Ja ja. Austrian Airlines. Immer. Ähm. So fliege ich. Äh. Ich glaube. Stimmt. Da gibt es ja glaube ich noch einen Flieger beim Dings. Gell. Im Autohaus. Hallo. Hallo. Dingschipobo. Da gibt es einen Flieger. Ist der Auto. Wenn der Autohaus Typ da ist. Vielleicht kann ich da. Hallo. Was auch. Ist das gar irgendwie landen. Vielleicht kann man auch gleich mein eigenes. Mein eigenes Flugzeug kaufen. Hallo Autohaus Typ. Was ist denn das überhaupt Flieger? Das ist ja. Ah. Ah. Super Sport Ford 12. Lamborghini Motor Flugzeug. Oh. Was habe ich noch gehört? Äh. Hallo. Ähm. Papa. Nein. Das ist mein Flugzeug. Nein. Nein. Das war's mit meinem Flugzeug. Okay. Ähm. Ah. Autohaus Typ. Sagen wir vielleicht. Oh Leute. Das ist eine. Security Kamera. Ein bisschen vorbeischlechen. Äh. Das ist ein blaues Auto. Ein grünes Auto. Und das ist ein Lamborghini. Der richtig cool eigentlich ausschaut. Ähm. Es hat sogar das Lamborghini Logo da drinnen. Okay. Ähm. Das ist ein Chat. Oh. Papagei. Das ist kein Flug. Hoi. Hallo. Äh. Nein. Nein. Was willst du hoi? Haha. Hoi. Ja. 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 Kann ich das kaufen. Oder? Das Flugzeug. Hoi. Nein. No. Ich will's kaufen. Das ist mein Flugzeug. Hallo. Tetle. Hoi. Kann ich's kaufen? T-T-Tledle. Haa. Ich hab hoi. 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 Oh. Okay. Einen Bug oder wie? Hoi. 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 Ha. TOOITOI TOI TOI I Okay also des Billy bottom Wie denn heut die gemacht wie es irgendwie weiter heute passt gibt solch eine kommentare office schreiben beginningahaha Der saison above won't be wonder ist das muss ich wie Kling die kommt da schon lange nicht mehr eigentlich in der mieten aber das ist ja eigentlich gut dass ich kann mieten sollen muss so was ist hallo wer wer was ist dies wirst du fangen lettland österreich lettland ist größer aus österreich warte mal ja fake österreich flogen das ist gut aus österreich was ist lettland die mieden was war wie viel ist die wäden als ihr mit schon ein monat nicht mehr zahlt ja ja wie viel beträgt neben 56.000 ja dom 56 das ist ein witz da haben wir 56.000 haben sie so irgendwas ich geh zur bank ich geh zur bank ja alter ich hab ja nicht mal ein ding ich hab ja nicht mal eine bank die polizei kommt mit der polizei bin ich eh schon vertraut oder das wissen sie nicht mehr pero ok also danke füripps und nun hat ne der mutter ich würde mal sagen in regio das war die folgen so wie kann man aber da bisschen von der mutter und so gesog